Alexa, starte die Freude am Fahren. Das spricht für sich. Amazon Alexa in Ihrem BMW mit Operating System 8. So richten Sie Alexa mit der My BMW App ein. Drücken Sie Profil und dann Amazon Alexa. Wählen Sie Alexa Car Integration. Dann einfach Ihre BMW ID mit Ihrem Amazon Konto verknüpfen. Sie werden zur Amazon Webseite weitergeleitet. Geben Sie dort Ihre Amazon Zugangsdaten ein, um sich anzumelden. Erlauben Sie den Zugriff auf Alexa Sprachsteuerung und fahren Sie fort. Zurück in der My BMW App wählen Sie die gewünschte Alexa Sprache. Aktivieren Sie die Funktion Standort mit Amazon teilen, um lokale Infos wie zum Beispiel Wetterupdates zu erhalten. Wenn Ihr Fahrzeug mit Ihrer BMW ID verknüpft ist, gibt es ein Alexa Tutorial für Ihren kompatiblen BMW. Achten Sie darauf, dass Sie sich in Ihrem BMW mit derselben BMW ID anmelden wie in der My BMW App. Und falls Sie es noch nicht getan haben, koppeln Sie Ihr Smartphone per Bluetooth mit Ihrem BMW und zusätzlich per WiFi, wenn Sie ein Android-Telefon verwenden. Eines unserer How-To-Videos zeigt Ihnen, wie das geht. Okay, Zeit, die Alexa Sprachsteuerung zu aktivieren. Wählen Sie Apps, Systemeinstellungen, Sprachsteuerung, weitere Sprachassistenten. Dies aktiviert automatisch die Online-Sprachverarbeitung. Im Langdruckmenü entscheiden Sie, ob Sie Alexa durch langes Drücken der Mikrofontaste aktivieren wollen. Halten Sie die Mikrofontaste einen Moment gedrückt, um mit Alexa zu sprechen. Wie weit ist der Mond entfernt? Der Mond ist 384.408 Kilometer entfernt. Oder rufen Sie Alexa durch das Aktivierungswort auf. Alexa, setze T auf meine Einkaufsliste. Ich habe T auf deine Einkaufsliste eingesetzt. Sie finden eine Alexa-Anleitung im Fahrzeug unter Apps, Amazon Alexa, Einrichtung. Sehen Sie sich weitere How-To-Videos an, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. 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 Schönen Sie sich weitere How-To-Videos an, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen.